Herzlich willkommen zum Comedy Gin Tasting Vol. Nr. 2. Spiel auf, du Narr! Und dann wollte das erste Kind gehen. Was ist das Kind zu mir? Wo ist denn mein Tütchen? Ich hab gesagt, du bist doch noch viel zu klein fürs Kiffen. Erinnert mich so ein klein bisschen an so ein Jugend-Kinder-Getränk mit Alkohol. Also was hast du in deiner Jugend oder in deiner Kindheit getrunken? Ich hab gelacht. Ich hab gelacht. Ich war super. Der meinte ist gar nicht böse, aber ist immer bei dem so, ja gut, alles klar, mach mal. Ja wunderbar. Ja, ja, ja. Damit macht man sich ja beliebt. Das fassen wir aber nicht. Ich sollte dich synchronisieren an deiner Bar. Hallo Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal ein pfiffiges Rezept. What the fuck? Beziehungsweise, wow, was der Fick. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Die jagt sie nicht mehr alle. Und es stimmt. Was soll man machen? Ist lecker. Und deswegen, äh, kauf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.